Grödig Gartenauerplatz Grödig Buchbichl Grödig Gemeindeamt Umsteigemöglichkeit zu den Linien 25 und 28 Change here for the lines 25 and 28 Grödig Marktplatz Grödig Gewerbestrasse Grödig Holznerweg Grödig Pflegerbrücke Weidenstrasse Tarifzonen Grenze Fair Zone Boundary Eichedhof Siedlung Dossenweg Högelwörthweg Sandnergasse Nissenstrasse Umsteigemöglichkeit zur Linie 22 Change here for the line 22 Kommunalfriedhof Umsteigemöglichkeit zur Linie 22 Change here for the line 22 Wäschergasse Wäschergasse Erzabt Klotzstraße, Petersbrunnstraße, Justizgebäude, Umsteigemöglichkeit zu den Linien 3, 6, 7, 8, 10, 12 und 840. Change here for the lines 3, 6, 7, 8, 10, 12 and 840. Äusserer Stein, Umsteigemöglichkeit zu den Linien 7, 8, 9, 10 und 27. Change here for the lines 7, 8, 9, 10 and 27. Mozartsteg, Fußweg zur Festungsbahn, Footpath to Vanicula. Maka Klaas, Zentrum Altstadt, Umsteigemöglichkeit zu den Linien 1, 4, 21 und 22. City Center, Change here for the lines 1, 4, 21 and 22. Mirabellplatz, Umsteigemöglichkeit zu den Linien 2, 151. Change here for the lines 2, 151. Kiesel. Hauptbahnhof. Dieses Fahrzeug wendet in der Fanny von Lenertstrasse. Umsteigemöglichkeit zu den Linien S1, S2, S3 sowie zum Regional- und Fernverkehr. Main Station. This bus terminates via Fanny von Lenertstrasse. Change here for suburban train lines S1, S2, S3, Regional- and Long-Distance Services. Untertitelung des ZDF, 2020